Hi und herzlich willkommen zu Yoga mit Nina. Ich bin Nina Christine und das ist mein allererstes Video für euch. Im wahren Leben bin ich Yoga-Lehrerin, Personal Trainer und Ernährungscoach und unterrichte auch noch Crossfit-Klassen. Ich lebe schon seit mehr als vier Jahren in Salzburg, komme ursprünglich aber aus dem Main-Taunus-Kreis in der Nähe von Frankfurt. Das Besondere für mich beim Yoga ist, dass es so unterstützend für viele andere Sportarten ist und sobald du auf der Matte bist, es einfach um nichts anderes geht als um dich in der Asana und das war's. Das erste Mal mit Yoga in Kontakt gekommen bin ich 2008, als ich noch aktive Taekwondo-Kämpferin war und seitdem begleitet mich Yoga mal mehr, mal weniger in meinem Leben. Ich bin grundsätzlich ein super aktiver Mensch. Ich liebe es, mich zu bewegen und neue Sachen auszuprobieren und möchte auch immer andere motivieren, das zu tun. Egal ob es klappt oder nicht, Hauptsache man hat Spaß. Seitdem ich meine Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht habe, begleitet mich Yoga täglich und es geht mir super gut dabei. Ich fühle mich entspannt, geschmeidig und einfach gut, auch wenn ich auch mal Muskelkater vom schweren Heben habe. Ich unterrichte wöchentlich verschiedene Yoga-Klassen und motiviere die Leute immer, es mal auszuprobieren und mitzumachen, einfach nur, weil ich möchte, dass es ihnen gut geht. Ein Dauerthema für mich beim Unterrichten ist, den Leuten mitzuteilen, dass sie geduldig sein sollen, herauszufinden, was gut für sie selbst ist. Kommst du in eine Yoga-Klasse, um einfach nur locker zu fließen, dann lass dich voll drauf ein und chill. Möchtest du ein bisschen mehr Feuer in deine Praxis bringen, dann geh fürs Extra-Vinyasa, halte die Pose noch ein bisschen länger und challenge dich einfach, aber bleib bei dir. Ich möchte als Yoga-Lehrerin einen Ort kreieren, wo sich jeder gut fühlt und glücklich sein kann. Ich denke, wenn wir uns alle so akzeptieren, wie wir sind und uns gegenseitig dabei unterstützen, das Beste aus uns selber herauszuholen, dann können wir auch ein bisschen was woanders verändern. Und das ist mein Ziel, deswegen mache ich das hier. Auf meinem Kanal wirst du verschiedene Yoga-Videos finden, Vinyasa, Ashtanga-orientiert, aber auch Slow-Flows und ein bisschen Yin-Style, Yoga für verschiedene Sportarten. Ich werde aber auch hin und wieder meinen Senf zur Ernährung dazugeben. Gut, genug geredet. Was auch immer dein Ziel ist, ob du abnehmen möchtest, geschmeidiger werden möchtest, an deiner Beweglichkeit arbeiten willst, deine Praxis vertiefen möchtest oder einfach was Neues ausprobieren willst, dann ist Yoga mit Nina genau der richtige Ort für dich. Ich lade dich ein, mich zu begleiten. Abonniere meinen Kanal, like die Facebook-Seite und folge mir auf Instagram, sodass du nichts verpasst und jede Neuigkeit direkt mitbekommst. Ich werde jeden Dienstag und Donnerstag neue Videos uploaden und auf den anderen Channels weitere Infos teilen. Ich denke, ich habe ein paar coole Sachen auf Lager und freue mich, wenn du mitmachst. Ganz lieben Dank für deine Unterstützung. Ich bin gespannt, was auf uns zukommt. Macht's gut!